Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Glasscheibe Ihrer Warmhaltevitrine tauschen können. Entfernen Sie die Blenden der Warmhaltevitrine. Lösen Sie die Schrauben. Untertitelung des ZDF. Tauschen Sie nun die Glasscheibe aus. Befestigen Sie die Schrauben. Setzen die Blenden auf die Schrauben. Schrauben Sie nun 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 die Schrauben.